Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin unterwegs und zwar ich bin beim Semi. Wie ihr wisst, mache ich ja mal mit einem Motorradführerschein und der Semi hat zu mir gesagt, hey, ich kenne da jemand, der hat ein 50er Schaltmoped, ist vom Schalten her genauso wie beim Motorrad, nur halt deutlich langsamer und da dachten wir, hey, das war doch mal cool, weil ich bin noch nie in meinem Leben ein Motorrad oder ein Moped mit Schaltung gefahren und einfach mal so ein bisschen, ja, die Grundfunktion mal kennenzulernen, wie das Ganze denn funktioniert bei einem Moped mechanisch gesehen, erster Gang unten, andere Gänge oben, so vom Kopf her weiß ich, wie es funktioniert, aber ich habe es halt noch nie in der Praxis ausprobiert, ausgetestet, gemacht und deswegen, ja, ich würde sagen, ich mache an der Stelle einen kurzen Cut. Woher weiß ich, in welchem Gang ich bin? Also, wenn es jetzt an ist, also immer machen, Kupplung ziehen, also hier ist die Kupplung, das ist der Schalthebel, ja, hoch, runter, Vorradbremse und hier, da ist Hinterradbremse, Fußbremse, okay, und unter ist der erste Gang? Ja, am Anfang halt hoffentlich mehr Bremsen, okay, ja, Bremse da und Bremse da, ja, ich will mich erst mal hier vertraut machen, mit den Knöpfen, wie war das jetzt? Einfach runter. Das will nicht. Keine Kupplung ziehen. Nicht? Nee, nee. Kupplung zieht, erster Gang, runter, gut, jetzt einfach, kein Gas, einfach nur Kupplung bis zum Tor, wenn du merkst, hier rollt, los, so, und, wenn du merkst, hier rollt, los, so, und, Kupplung ziehen und Bremsen. Kupplung ziehen und Bremsen. Oh Gott. Okay, jetzt warst du grad nochmal. Yeah, ich fahre. Brr. Blatt. So, und jetzt einfach wieder anklicken. Äh. Pff. 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 Oh Gott. Pff. Ich fahre. Pff. Pff. Der dritte Versuch. Achso, ja, jetzt hätten wir vergessen, ihm zu sagen, wie er in den zweiten Gang reinkommt. Aber das weiß er ja theoretisch. Und schon hat er einen zweiten Gang gefunden. Oha, ich bin im zweiten, Maschallah. Ah, die Hinterradbremse geht auch. Jetzt bin ich wieder am ersten. Wenn ich jetzt umdrehe, drücke ich die Kupplung. Ein bisschen Hinterradbremse, ein bisschen Kupplung. Und jetzt bin ich im dritten Gang. Eieieiei. Ja! Fährt noch. Oh, ich habe gedacht, ich habe es kaputt gemacht. Welchen Gang bin ich jetzt? Zweiter? Krass, Krass, Krass. Nur nicht zu früh runterschalten. Okay. Und wenn ich jetzt langsamer werde? Aha, aha. Das müsste jetzt der zweite sein. Vielleicht mal nur mal versuchen, ein Gefühl für die Kupplung zu kriegen. Ohne Gas. Das erste Mal schalten, Moppet. Oh Mann. Gas, 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 Gas. Bin ich gerade im zweiten angefahren? Oh, ich fliege. Das ist der dritte. Ich glaube, mehr Gänge haben wir nicht, ne? Nein. Zweiter. Erster. Wenden. 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 Ooooooh! Ja, das ist aber lernbar. Lernbar ist es. Boah, aber das macht Fun, Alter. Entspannt. Entspannte 30, aber ich glaube, ich hatte noch nie mit 25 kmh so viel Spaß. Boah, Leute. Oh, nein, Alter. So, Leute. Jetzt geht's auf die Straße. Spiegel vielleicht ein bisschen einstellen. Ich bleibe einfach im ersten Gang. Oh, der Benzinhahn haben wir zugemacht. So nach unten, oder? Perfekt. Blinker habe ich ja auch noch, gell? Ai, ai, ai. Geil, Alter. Ich bin zwar nicht schnell, aber schee bin ich. Schee bin ich, gell? Kennst du dich hier aus? Mit das Monster-Verfahren? Und jetzt fahren wir einfach die nächste wieder links. Sie schaltet überhaupt nicht laut. Ah, siehst du, jetzt sind wir hier. Ah, klappt aber. Klappt aber. Ah, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Perfekt, perfekt. Oh, Mann. Oh, Mann. Hinterradbremse finde ich auch schon. Das Schalten geht. Ich habe nur übelst die falschen Schuhe an. Klappt schon. Klappt schon. Kreisverkehr ist mal ein zweiter. Zweiten beim guter Ball. Die hat halt eine Drehzahlbegrenzung. Und Gangsperre. Ja, dritter Gang bringt hier nichts. Vor allem, gerade weil man bis 30 kmh oder 25 kmh wirklich dreimal schalten muss, das kriegst du, wenn du das jeden Tag mit dem Moped fährst. Du hast das so drin, wenn du dann irgendwann mit 16, 125 kmh machst, da kannst du fahren wie eine Eins. Kann ich mir gut vorstellen. Und ich muss sagen, der Sound ist geil, Leute. Der Sound ist einfach geil. Nur der Drehzahlbegrenzer fackt ein bisschen ab. Hä, aber ich habe schon drauf. Oh Gott, wie soll ich denn da hochkommen? Ja, da komme ich nicht hoch. Ich bin schon im ersten. Gibt es noch Gang 0,5? Das ist halt ein bisschen der Nachteil an den gedrosselten Maschinen. Ich muss nur noch mal aufpassen, dass ich sie nicht überdrehe. Das hat mir der junge Mann gesagt. Weil die dann schon sonst Kolbenklemmer kriegt. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich will seine Maschine nicht schrotten. Da haben wir einen jungen Mann, aber dem gebe ich nachher ein bisschen Spritgeld. Richtig geil, Mann, dass der Semi das klar gemacht hat. Ah, Leute, dafür, dass ich das erste Mal mit Schaltung fahre, stelle ich nämlich doch gar nicht so doof an. Ich bleibe mal lieber am dritten Gang. Und einen Fuß auf der Hinterradbremse. Besser für mich und meine Nachkommen. Weil hier möchte ich nicht vor der Bremse ballern. Geht aber. Das ist ja mir die beste Strecke rausgesucht, Mann. Der will sehen, dass ich mir heute noch auf die Nase lege. Ich merke das schon, aber das gönne ich dir nicht. Schotter. Uiuiui. Und wieder hochschalten. Dass mit den Schalten geht. Was irgendwie mit der Zeit verwirrend ist, wenn du schalten, Bremse, Blinken, alles, wenn alles auf einmal kommt. Ich bremse hier ein bisschen ab. Wenn alles auf einmal kommt. Schalten, Blinken, Bremsen. Boah. Da ist mein Gehirn momentan ein bisschen überfordert, wenn alles auf einmal kommt. Aber gerade sowas ist geil, Mann. So eine 25er oder 50er Moped, Schaltmoped. Und darf ich legal fahren oder so die ersten Versuche machen. Das ist schon nice. Das Anfahren. Hat. Ja, es ist nicht so einfach. Aber es ist doch einfacher als ich dachte. Muss ich sagen. Aber warte mal. Ui. Bla 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 bla. Vorsichtig bremsen. So, erster Gang bin ich. Erster Gang bin ich. Aha, aha, das hat geklappt. Ja, Mann. Das hat geklappt. Ohne abzuwürgen. Wäre peinlich gewesen, mitten auf der Kreuzung abwürgen. Hoffentlich sehen die meinen Blinker. Ich hätte sie mir kleiner vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Die Gegengänge sind ein bisschen sehr kurz. Die meiste Zeit kann man fast im dritten fahren. Ich hätte wahrscheinlich im Kreisverkehr auch im dritten fahren können. Glaube ich. Und ich hatte auch, glaube ich, den Blinker an, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe halt hier auch keine Blinkeranzeige. Richtig geil, Leute. Hi, Leute. Schreibt es in meine Kommentare. Wie stelle ich mich an? Dafür, dass ich das allererste Mal in meinem Leben mit Motorradschaltung fahre. Auch wenn es jetzt nur eine 25er ist. Sprich 50 Kubik, gedrosselt auf 25. Aber für mein erstes Mal schalten in meinem Leben, würde ich sagen, ist das doch gar nicht schlecht. Und Liebe geht raus an den jungen Mann, der mich hat fahren lassen. Falls ich es vergesse, mich nachher noch zu bedanken, habe ich mich auf jeden Fall in dem Video bedankt. Der wartet halt die ganze Zeit dort, der junge Mann. Ich kann sogar runter schalten. Da kommt halt gleich der Drehzahlbegrenzer zum Einsatz. Das ist ein bisschen ein Abtörner, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, Leute, ich hatte noch nie so viel Spaß mit einem 25er Mofa. Muss ich schon sagen. Wenn man Angst hat, sie abzuwürgen, einfach ein bisschen mehr Gas geben. Chemie Chemo hat keinen Sprit. Ah, läuft doch mit dem Anfahren, hä? Dafür, dass ich bis 25k schon dreimal geschalten habe, mache ich das doch gut. Klar, ich habe wahrscheinlich die halbe Zeit den Blinker vernachlässigt und so weiter. Aber chillig, Allah. Ja, meine Leute, meine Freunde, ich glaube, mehr werden wir heute nicht mehr sehen. Ich bin das erste Mal heute mit Schaltung gefahren. Eine richtig geile Erfahrung, muss ich sagen. Es ist natürlich klar, es ist nur eine 50-Cubic-Maschine, die gedrosselt ist auf 25. Aber von der Mechanik her, erster Gang unten, dann Leerlauf, dann zweiter, dritter, vierter, etc. Ist ja das Gleiche. Ist ja hier das Gleiche. Nur, dass man öfter schaltet. Und ich glaube, dafür habe ich mich ganz gut angestellt, meine Freunde. Und ja, ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Mit Fahr.